Das ist so einfach, von heute auf morgen, von selbst entstanden. Ja, jetzt spannen Sie doch alles auf. Aber schauen Sie sich mal noch mal, wer rauskommt. Das ist so einfach, von heute auf morgen, von heute auf morgen. Habt ihr das nicht, das ist nicht? 8, 8, 8, 8, 8. Ja, mit dem Fall war das Frage, mit dem Fall, wird der Haftwitter in einem kleinen Stabstverband. Mit einem kleinen Stab und einem kleinen Stab aus dem Ruhigen. Das soll bedeuten, dass wir uns nach Hause kommen müssen. Sondern wir haben uns abgefahren, in der UNO die Weisheit. Die UN-8, durch den Saugen nach unserem Dach, durch den Stab und den Stab und den Stab und den Stab und den Stab. Das wird hier aus Zeitung nicht mit allen Weißen mehr überziehen. Die UN-8, 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 die Aber auch wenn da wird sich ausgehen. Das wird ein Weg sein Ziel, das ist ein Weg. Weg sein Ziel, wer das heißt, die wir zu Versteuerung haben, Gott kommt. Und was ist das, was wir zu verletzen, das ist auszunehmen. Gott kommt in die Warte. Und wir sind, wir sind, sag mal, wir haben die Versteuerung zu unterstützen, und wir sind fast in die NATO. Leute, wir sind das Volk, wir sind doch nicht NATO-Verbrecher, wir sind doch keine Mörder. Macht endlich auch, ihr Deutschen, die Medienverblöden hin. Es wird gesagt, Afrika hungert und dass die Macht seit 20, 30 Jahren etwas für Afrika-Einheit und für Afrika-Einheit unabhängig sein, dass die Deutschen schlafen. Gebraucht doch endlich euren Kopf zum Denken! Und zwar diejenigen, die ich als da vor dem Öl von denen ich hab. Die F relação ist nah, die wir mit meinem Bild, ich habe gesagt, die Leute beigessern, die man als das mit dem Golf ist. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber die ist nicht besser. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine Ahnung, ich habe einen Ahnung. Aber ich habe eine Ahnung, ich habe einen Ahnung, ich habe einen Ahnung, ich habe einen Ahnung, Vielen Dank.